Lechtland-Fortland Lechtland-Fortland, das ist für mich die Möglichkeit zu treffen, meine Freunde und Freundinnen. Und allgemein einfach Lechtland hier in Stuttgart, in der Mitte meines Herzens, einfach hier drin fühlen. Und damit, was immer das Herzen rein streckt, wollen wir auch anderen zeigen, was Lechtland heißt, was die Möglichkeit geben lässt und hautnah zu erleben. Genau, einfach Lechtland hier in Stuttgart erleben. Und das, was wir mit diesem Projekt anbieten, sind verschiedene Veranstaltungen, Kinoabend, Tanzabend, auf Bord zum Beispiel sind wir bei einem Tanzabend dabei, gibt es auch Musikabend, auch mit Studenten, mit Älteren, mit Jüngeren, mit Alt. Und jeder hat die Möglichkeit, Lechtland hautnah zu erleben. Genau, für mich Lechtland hautnah ist mein Leben Stuttgart. Stuttgart. Lechtland hautnah. Und ich singe Lechtland hautnah. Und du singst Lechtland hautnah. Dieser Tonus du schon. Lechtland hautnah. Das war es genug, ne? Einfach sagen, drei, vier. Lechtland hautnah.